und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde war thunder wir spielen vorherrschaft krimsk krimskaja wird wahrscheinlich weiß ich gar nicht ich habe keine ahnung wo das ist mir auch relativ pumpe vorherrschaft warum brauche ich nicht warum brauche ich nicht das heißt schön mit dem jäger ja weil ich nur sagen wollte ich bedanke mich immer noch für die ganzen tipps und so und das intro wird auch schon gesagt dass er schön ist oder gut aussieht wird mich natürlich freut wie gesagt dann habe ich mir mal gegönnt aber ich habe mir gedacht ein intro muss ja mal sein hat ja fast jeder heutzutage und ich fand da richtig cool ist ja noch genommen und ist ja nicht so dass man im kanal nichts investieren muss ist ja da muss man ja auch immer sagen ein bisschen was sollte man immer mal machen bitte noch ein bisschen hoch dann gucken wir mal dann dann ich glaube da war sie zu heiß aber schön ausgewichen abschlusshilfe sehr schön und hat hier noch nicht so zerstört in der drehung abgeknallt sehr schön einer hat ja ein hat ja sogar in den konten kommentaren schon koninkern ja kommentaren schon geschrieben dass ich zwischendurch mal besser werde ich glaube ich werde ich werde langsam ein bisschen besser bei dem spiel aber das ist ja auch dann ist ja bei jedem spiel glaube ich so mit der zeit wird man immer irgendwo besser ich sage ich habe damals wo gespielt aber der am anfang ging es dann so und irgendwann haben warum wohnt man immer besser mit seinem charakter das ist ja mal gar nicht hier so hütter treffer hey hey freundliche bordschüsse ist bewusstlos irgendwas hier ab und das sind die baumkronen hier gut achten hallo ja freundlich könnt ihr mir mal helfen hier ne irgendwer gleich werde ich abstürzen gleich werde ich abstürzen so ein bisschen ich glaube nicht war so mein motor ist ja mein sprit ist alle aber landen hier abschlusshilfe noch hingelegt wieso bruchlandung ich bin noch gelandet das finde ich aber frech das finde ich aber frech das war eine schöne bruchlandung hallo da war eine schöne landung da schon mal eine bruchlandung gesehen echt mal egal ich habe glaube ich schon wieder eine abschlusshilfe hingelegt vier habe ich sogar schon mein gott und einen abschluss selbst krasse scheiße naja wenn man mit der a0 mal gucken dass wir immer was zu rande kriegen jetzt naja denn nordlichter oder was hammer bei uns gehört a das ist auch schon mal schön auch toll guck mal gucken wir doch mal was mit der wolfsseele da unten der ist gelandet hä da schieß ich ja schon noch nicht hä da war nie einer hm irgendwie nirgendwo lustigerweise nicht äh oh man scheiße kommen das war blöd das war wirklich blöd das war dämlich das muss ich ehrlich zugeben weil das wollte ich eigentlich gar nicht so da kann mir der boden bisschen zu haben aber jetzt nicht darauf geachtet ich wollte ich wollte den kill haben das ist hat da wird man blind für was anderes in die schlacht hallo naja egal immerhin die abschluss helfen und ein kill da ist doch schon okay eigentlich also ne ich sag mal so oder schlechter es kann immer schlechter sein das kann auch immer besser sein aber so schlecht bin ich dann auch nicht mit insgesamt fünf abschüssen im prinzip also geht geht auch schlechter glaube ich muss mal meinen pop schutz hier richtig richtig richten so gut da war dort schon wieder mein gott dann ging auch schnell belohnung 840 mein gott da habe ich doch schon was neues neue abdeckung für die v5 sehr schön unter 3 der nächste und neue schubhebel auch und damit habe ich die glaube ich auch durch so wird jetzt außer das heißt so viel wie ich könnte doch eigentlich die mit der b0 genau die habe ich auch noch wechseln wir die doch mal um jaja für 1800 neues training alles klar kein problem so jetzt habe ich nur rang 1 flugzeuge schon mal gut sehr schön die b0 ist auch ein jäger dann habe ich einen bomber zwei eigentlich ja gut dafür habe ich die bomben noch nicht der ist auch voll ausgestattet jetzt das heißt den und ja den werde ich als letztes dann immer fliegen weil die mit den anderen nicht erforschungspunkte kriegen na klar aber das war es jetzt auch schon wieder mit der folge deswegen wünsche ich euch ein ja wir machen ja wir machen die wir machen die wie immer denkt daran leute abonnieren ist kostenlos über ein like über einen kommentar würde ich mich sehr freuen ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer wir sind uns beim nächsten mal bei einer runde es meint wollte ich sagen bei einer runde war thunder tschüss